Hallo liebe RammsteinTV Zuschauer, endlich beginnt der große Rückblick auf das Ferienprogramm. Als erstes besuchte ich den Tennisclub Rammstein, der den Kindern einen sogenannten Schnuppertag, Tennis zum Kennenlernen, anbot. Doch es war so heiß, dass sich die Kinder erst einmal in den Schatten zurückzogen und sich in einer netten kleinen Runde kennenlernten. Die letzte, fertig, los! Alles jetzt! Und die rechte Kurve! Das ist immer noch so! Und die rechte Kurve! Und Sprung! Ja, wir sind noch so! Komm mal, der jetzt! So nutzte ich die Gelegenheit und interviewte Dieter Ruppert, wer er überhaupt ist und was für Aufgaben er hat. Ich bin schon seit 29 Jahren jetzt hier. Ich bin damals, habe ich angefangen mit der Tennishalle Rammstein und bin dann zum Club, Tennisclub Rammstein auch, für den wir jetzt heute einen schönen Tag gemacht haben wieder mal. Schnuppertennis war anstrengend, aber sehr schön. Ich glaube, es war sehr erfolgreich und Kindern hat es riesen Spaß gemacht. Wir machen es jetzt eigentlich schon viele Jahre und können sagen, dass wir immer wieder neue Kinder haben, die dann anschließend doch zum Tennis begeistert worden sind. Und ich denke mal, wenn das so weiterläuft, werden wir das auch noch viele Jahre machen. Der Tennisklub Rammstein, wir haben eine gute Kapazität hier. Erstens sind wir einige, ja, um die 160 Mitglieder. Wir können aber immer noch gerne neue Jugendliche aufnehmen. Die sind herzlich willkommen. Und das hat sich natürlich auch wieder ergeben heute, als wir das Schnuppertennis, wie gesagt, gemacht haben. Wir waren so um die 14, 15 Kinder, die wir da waren. Es war eigentlich sehr, sehr schön. Und ja, ich denke, es waren alle begeistert. Und drei, vier Stück haben schon positiv signalisiert, dass sie ganz gerne weitermachen möchten. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Das Ganze läuft ja zusammen mit der Stadt Rammstein. Die Schnuppertennis ist also für beides gedacht. Für unseren Klub, dass wir neue Kunden finden und für das Ferienprogramm für die Stadt Rammstein. Ja, wir haben also die Kinder mal versucht, näher an das Tennisspielen heranzubringen. Wir haben das in drei Gruppen aufgeteilt. Mit den Trainern von der Tennishalle Rammstein. Da war dabei der Kurt Weidelich, war dabei die Luisa Müller, da war dabei Saskia Ruppert und meine Wenigkeit, der Herr Ruppert. Wir haben zusammen das veranstaltet und haben die, wie gesagt, in verschiedene Gruppen eingeteilt, sodass wir also schon unterscheiden konnten, kleinere Kinder, größere Kinder, Kinder, die sich schon ganz gut angestellt haben, also auch den Schläger schon gut geschlagen haben, gut geschwungen haben, die Bälle schon toll getroffen haben. Die, die noch nicht so gut sind, dass wir denen aber genauso dann eben den Spaß vermitteln. Und das ist halt sehr wichtig, dass man das in Gruppen, wie gesagt, aufteilt, denn sonst sind die einen enttäuscht, weil es noch nicht so klappt, und die anderen sind enttäuscht, weil es nicht so gut vorangeht eben. Aber das war toll gewesen. Wir waren so vier, fünfer Gruppen, also von der Gruppenstärke her. Ich denke mal, es hat allen richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, es haben einige signalisiert, sie wollen weitermachen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Die passende Nasserabkühlung durfte selbstverständlich nicht fehlen, sowie auch nicht die leckere Verstärkung. Was gab es denn eigentlich so zum Puttern? Ähm, also zum Trinken gab es Fanta, Spreit, und nicht für uns gab es Cola. Okay, und zum Essen? Würstchen und Obst und Kuchen. Wie viele Würstchen hast du gegessen? Zwei. Zwei? Mhm. War ich immer noch Hunger? Nein. Ein Glück, dass da noch eine Bratwurst für mich übrig blieb. Was für eine Bedeutung hat die Zusammenarbeit mit Kindern? Ich mache diesen Beruf als Tennislehrer jetzt schon 40 Jahre und habe halt diese wahnsinnig positive Erfahrung, dass man mit Kindern nie weiß, was rauskommt. Manche Kinder stellen sich super an beim ersten Mal und denken, wow, toll, und dann sind sie guter Durchschnitt, sagen wir mal. Und andere Kinder fangen gar nicht so toll an, sind aber zu begeistern und machen es nachher hervorragend. Es macht unwahrscheinlich Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Die Kinder haben natürlich auch den großen Vorteil. Sie können das noch viele, viele Jahre machen. Und das ist auch das, was wir, die Trainer, den Kindern immer wieder sagen. Ihr macht eine Sportart, die ihr eigentlich euer ganzes Leben lang ausführen könnt. Na, das war doch mal ein toller Start. Im nächsten Beitrag dreht sich ebenfalls alles um Tennis. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.